Hi, in dieser Session beschäftigen wir uns mit der Quantisierung von Audio und MIDI in Cubase. Einfaches Quantisieren von MIDI und Audio. Bevor man etwas quantisiert, wählt man grundsätzlich hier ein Quantisierungs-Preset aus. In diesem Menü sind bereits Presets für alle möglichen Notenwerte vorgefertigt. Über das sogenannte Quantisierungsfeld kann man selbst noch aufwendigere Quantisierungs-Presets einrichten. Hier öffnet man das Quantisierungsfeld. Wir werden uns das Quantisierungsfeld später noch ansehen. Vorerst stellen wir einfach das Quantisierungs-Preset für Achtelnoten ein. Um die Quantisierung auf ein oder mehrere Parts oder Events anzuwenden, wählt man diese aus und wählt im Menü Bearbeiten die Funktion Quantisieren. Oder man drückt einfach die Taste Q. Um die Quantisierung wieder rückgängig zu machen, wählt man Bearbeiten Quantisierung zurücksetzen. Wenn man einen MIDI-Part quantisiert, so betrifft die Quantisierung wie üblich die Noten innerhalb des Parts. Der Part selbst wird nicht bewegt. Ich zeige das noch einmal, indem ich mehrmals hintereinander die Quantisierungs- und die Undo-Funktion ausführe. Wenn man nicht alle, sondern nur einige Noten in diesem Part quantisieren möchte, so muss man den Part doppelklicken, eine Auswahl treffen und dann den Befehl Quantisieren ausüben. Wenn man ein oder mehrere Audio-Events auswählt und dann den Quantisieren-Befehl ausübt, so werden jeweils die Event-Anfänge auf das Raster verschoben. Es findet dabei aber kein Time-Stretching statt. Man kann auf diese Weise zum Beispiel einen Drum-Loop, der in einzelne Slices zerschnitten ist, quantisieren. Ich drücke nun auf Q und die Events, deren Anfänge nicht am Achtelraster liegen, werden verschoben. Das Ganze funktioniert auch, wenn die einzelnen Events in Parts zusammengefasst sind. Die Audio-Rap-Quantisierung Wenn man will, dass bei einer Audio-Quantisierung nicht nur Events verschoben werden, sondern dass auch das Material durch Time-Stretching angepasst wird, so muss man die Audio-Rap-Quantisierung verwenden. Man kann die Audio-Rap-Quantisierung mit diesem Schalter aktivieren. Bei der Audio-Rap-Quantisierung werden zuerst automatisch Hit-Points in dem Clip angelegt, falls diese noch nicht existieren. Hit-Points entsprechen in etwa den Transient-Markern in Logic bzw. den Event-Markern in Pro Tools. Dann wird für jeden Hit-Point ein Wrap-Anker gelegt. Wrap-Anker sind das, was in Pro Tools als Wrap-Marker bezeichnet wird. In Logic werden sie Flex-Marker genannt. Die Wrap-Anker werden dann auf das Quantisierungs-Raster gezogen, sodass das Material dazwischen gestretched oder gestaucht wird. Wir werden uns später noch genauer mit Hit-Points und Wrap-Markern beschäftigen. Für die Audio-Rap-Quantisierung muss man sich aber im Grunde genommen nicht unbedingt damit auskennen. Man aktiviert einfach die Audio-Rap-Quantisierung, wählt ein Preset für die Quantisierung aus und wählt Quantisierung aus dem Menü Bearbeiten. Ich spiele nun einmal eine Gitarren-Spur vor, so wie sie eingespielt wurde. Das Timing passt gar nicht so schlecht, aber ganz genau am Raster liegen die einzelnen Akkorde auch nicht. Nun mache ich eine Audio-Rap-Quantisierung, damit alles ganz genau am Raster liegt. Das Menü Erweiterte Quantisierung Hier im Menü Bearbeiten Erweiterte Quantisierung gibt es noch ein paar weitere interessante Funktionen. Bei der Funktion MIDI-Event-Längen quantisieren werden die Längen aller Noten auf einen Wert eingestellt, den man im Key-Editor festlegen kann. Und zwar hier. Es gibt auch die Option wie Quantisierung. Dann ist der Notenwert, der hier bzw. hier eingestellt ist ausschlaggebend. Bei der Funktion MIDI-Event-Längen quantisieren werden die Notenlängen verändert, sodass die Gesamtnotenlänge stimmt. Es muss aber nicht sein, dass die Note auf dem Quantisierungsraster endet. Mit der Funktion MIDI-Event-Enden quantisieren werden die Längen der Noten so verändert, dass die Enden am Raster landen. Üblicherweise kann man jede Quantisierung mit dem Befehl Bearbeiten Quantisierung zurücksetzen wieder rückgängig machen. Nur die Audio-Rap-Quantisierung muss man im Sample-Editor rückgängig machen, indem man die Rap-Marker löscht. Wenn man unter Erweiterte Quantisierung MIDI-Quantisierung festsetzen wählt, so kann man die Quantisierung nicht mehr rückgängig machen. Man wendet die Quantisierung damit dauerhaft an. Wenn man den Befehl Preset für Groove-Quantisierung erzeugen wählt, so wird je nach Auswahl aus den Audio-Hitpoints oder aus den MIDI-Noten ein Groove-Template erzeugt. Dieses Template scheint dann als Preset in diesem Menü auf und man kann andere Objekte nach diesem Raster quantisieren. Ich erzeuge einmal ein Preset aus diesem MIDI-Part. Der Part hat den Namen Retro-Look. Im Menü für die Quantisierungs-Preset scheint nun ein Eintrag mit dem entsprechenden Namen auf. Das Quantisierungsfeld. Schauen wir uns nun das Quantisierungsfeld an. Man kann es entweder über diese kleine Schaltfläche öffnen oder übers Menü mit Bearbeiten Quantisierungsfeld. Im Quantisierungsfeld kann man Presets für die Quantisierung erstellen, die dann im Quantisierungsmenü aufscheinen. Mit dem Pluszeichen kann man die aktuellen Einstellungen als Preset speichern. Mit dem Minus kann man sie wieder entfernen. Ich entferne einmal das Retro-Look-Preset, das wir vorhin erstellt haben. Das, was man im Quantisierungsmenü auswählt, sind wirklich Presets und nicht Notenwerte. Ein Preset enthält alle Einstellungen, die im Quantisierungsfeld gemacht werden. Man kann in Cubase zwischen Raster-Quantisierung und Groove-Quantisierung unterscheiden. Die Standardmethode ist die Raster-Quantisierung. Für eine Raster-Quantisierung wählt man einfach jeden Notenwert aus. Das Raster ist hier sichtbar. Wenn man besondere Notenwerte braucht, kann man das Feld N-Tolen verwenden. Wählt man zum Beispiel oben ein Achtel und gibt bei N-Tolen 3 ein, so hat man ein Sechzehntel-Triolen-Raster. Die Achtel werden 3 geteilt. Was Swing bedeutet, dürfte bekannt sein. Der Q-Bereich gibt einen Bereich an, außerhalb dessen Noten nicht quantisiert werden. Dadurch kann man die Quantisierung auf die Hauptzählzeiten beschränken und den anderen Noten ihren freien Lauf lassen. Der Bereich, in dem Noten quantisiert werden, wird auch grafisch dargestellt. Die Q-Schwelle gibt einen Bereich an, um den die Noten vom Raster abweichen dürfen, ohne quantisiert zu werden. Durch diese Einstellung kann man gewisse natürliche Abweichungen erhalten. Mit Zufall kann man zufällige Abweichungen vom Raster erzeugen. Das heißt, man kann damit bewirken, dass Noten, die eigentlich exakt aufs Raster quantisiert werden würden, auf eine Position gesetzt werden, die zufällig etwas vom Raster abweicht. Klickt man MIDI-CC an, so wirkt sich die Quantisierung nicht nur auf Noten, sondern auch auf Controller aus. Hier kann man die Audio-Wrap-Quantisierung ein- und ausschalten, genau wie im Projektfenster. IQ steht für Näherungsweise-Quantisierung. 100% heißt, die Events werden voll auf das Raster gezogen, 0% heißt, sie werden nicht quantisiert. Alles dazwischen bedeutet, dass die Noten mehr oder weniger stark Richtung Raster gezogen werden. Man kann diese Näherungsweise-Quantisierung auch direkt im Projektfenster ein- und ausschalten. Hier kann man die Quantisierung ausführen und hier kann man sie zurücksetzen. Diese Funktionen sind mit denen im Menü Bearbeiten identisch. Aktiviert man Auto, so werden alle Änderungen sofort auf die Events angewendet, ohne dass man auf Quantisieren klicken muss. Somit kann man zum Beispiel im Loop so lange die Parameter verändern, bis man das gewünschte Ergebnis erzielt. Soviel zur Rasterquantisierung. Kommen wir zur Groove-Quantisierung. Ich wähle wieder einen MIDI-Part aus und wähle den Befehl Preset für Groove-Quantisierung erzeugen. Es entsteht ein neues Preset, das nicht auf einem geraden Raster beruht, sondern auf einem bestimmten Groove. Wir sehen, dass hier einzelne Linien des Quantisierungsrasters nicht mit dem Achtel-Raster übereinstimmen. Um ein solches Groove-Preset zu erzeugen, kann man auch einfach ein Audio-Event oder einen MIDI-Part in dieses Feld ziehen. Ich ziehe einmal einen Drum-Loop in das Feld. Man bekommt das Quantisierungsraster gleich angezeigt. Der Part, den man hier reinzieht, sollte immer auf einem Taktanfang beginnen. Bei einer Groove-Quantisierung hat man etwas andere Parameter zur Verfügung. Man kann die Stärke der Quantisierung für die Notenposition, die Velocity und die Notenlänge getrennt einstellen. 100% heißt immer, dass der entsprechende Wert zu 100% an das Groove-Preset angeglichen wird. Die Velocity und die Notenlänge haben hier aber nur eine Auswirkung, wenn man MIDI quantisiert und wenn das Template aus einem MIDI-Part erzeugt worden ist. Für Audio spielen die Anschlagstärke und Länge keine Rolle. Hier unten kann man noch eine Vorquantisierung einstellen. Wenn Noten bei der Groove-Quantisierung an den falschen Ort gezogen werden, so kann dieses Problem oft beseitigt werden, wenn man zuerst eine Vorquantisierung auf ein gerades Raster macht und dann erst auf einem Groove quantisiert. Hier kann man einstellen, um welchen Betrag Events maximal verschoben werden sollen. Okay, das war's auch schon wieder für diese Session. Fassen wir das Wichtigste zusammen. Im Quantisierungsfeld kann man Presets für die Quantisierung erstellen. Diese können auf einem starren Raster oder einem Groove-Template basieren. Man kann in diesem Feld im Projektfenster ein solches Quantisierungs-Preset auswählen und mit dem Shortcut Q auf Audio oder MIDI anwenden. Bei MIDI werden alle Events in einem Part quantisiert. Möchte man nur eine Auswahl quantisieren, so muss man das vom Key-Editor ausmachen. Bei Audio-Events oder Audio-Parts werden immer die Event-Anfänge auf das Raster verschoben. Wenn man möchte, dass auch Time-Stretching angewendet wird, so muss man die Audio-Wrap-Quantisierung verwenden. Im Menü Bearbeiten – Erweiterte Quantisierung findet man ein paar weitere interessante Funktionen wie die Längen-Quantisierung. Über Bearbeiten – Quantisierung zurücksetzen kann man die ursprüngliche Position von Events wiederherstellen. Alles klar? Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal! Dieses Video ist Teil der Online-Tontechnik-Ausbildung bei www.sonic-vision.tv Auf unserer Website findest du all unsere Videos, auf dem aktuellsten Stand und ordentlich sortiert.